Hallo, ich bin Yvonne, 53 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich darf heute mit dem Perfect Age Club neue Horizonte entdecken. Ich habe mich im Club registriert, habe beim Gewinnspiel mitgemacht und habe gewonnen. Das Ganze läuft über MyDays und ich habe mir als Aktion Bodyflying ausgesucht. Hi, ich heiße Erik und ich bin Windtunnel Instructor. Ja, das ist ein Beruf und zwar arbeite ich bei Windobohner Berlin. Yvonne hat sich super geschlagen. Also manchmal ist es so, dass die Leute einfach so aufgeregt sind und so angespannt, dass man sie gar nicht loslassen kann. Aber ich konnte Yvonne und auch den Florian schon beim ersten Flug gleich teilweise loslassen und das hat sie echt gut gemacht. Das Erlebnis war wunderschön. Du hast an nichts mehr auf der Welt gedacht. Es war einfach himmlisch. Also heute Morgen hatte ich noch keine Angst und als ich dann angezogen war und vor der Scheibe stand, hatte ich ganz tolle Angst. Und dann dachte ich, jetzt auf geht's, los geht's, mutig sein. Und es war einfach wirklich, wirklich schön. Wenn ihr solche tollen Gewinne auch erleben wollt, dann meldet euch beim Perfect Age Club an und gewinnt. Musik 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 Musik